Henlo und Let's go mit Phasmo mit der Küh. Uwo. So ein Stichanschlagerfeuer, so ein Schlagerfeuer. Fesch, Kf, E, U, B. Oh Gott, jetzt krieg ich das. Gewitter! Wo ist das Gewitter? Gewitter! Düsseldorf. Was? Gewitter. Was mit Düsseldorf? Wo war das Gewitter? Kennst du die Gewitter oben noch nicht? Nö. Bildungslücke. Verjagen Sie den Jagd mit Räucherstäbchen. Bildungslücke. Schmündlichen Gösteszustand. Kommen Sie an der Jagd. Jennifer Anderson. Jennifer. Jennifer Anderson. Jennifer Anderson. Das ist leichtes Märchen zu tun. Guten Tag, Frau Anderson. Wir sind gekommen, um Ihre Rückstände zu untersuchen. Frage an mich. Redet Kuri nicht oder höre ich sie nicht? Ich habe Kuri auch nicht gehört. Ah, okay. Guten Morgen. Jennifer Anderson. Jennifer. Jennifer. Wünsche, ganz schön. Alles klar, danke selber. Und ich wünsche dir einen Wunderschönen. Und danke für die neue Ruhe. Ich hoffe, es geht dir filmen, lieber. Ich habe Klopapier gefunden. Hallo. Ich dachte, du hast Jenny verändern. Wir brauchen die Schäden. Jenny. Hau. traveling, wir haben die Schäden. Ich habe die Schäden. Geh da. Buchst�. Stroma. Johnny. Papa? ilos. Papa? 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 Ich kenne wohl, dass meine Stauballergie getriggert wird hier. Ja, ich finde, dass sie wie immer gut ist. Zwei Eich, sorry, haben Solo gespielt. Kein Handzoo. War gut? Kann ich nicht hören, dass... Nee. Und ich dachte, dass wir Jen verändern. Jen verändern sich. Wer bist du? Roter von meinem Grundstück! Niemals! Wie alt bist du? Weiß ich nicht. Ich bin hier schon zu lange. Was treiben Sie heute so? Vieles! Jen verändern sich. Haben Sie heute schon gut gegessen? Wie alt ist? Ich fang fest. Das ist ganz schön nass hier draußen, wollte ich mal sagen. Wasser ist ekelhaft nass. Ich mag Wasser nicht so. Hi! Nein. Bist du... Bist du nass geworden? Ja, ich habe drin schon alles abgecheckt, aber ich habe nichts gefunden. IMF sagt nein. Das Wetter ist auch allgemein kacke. Ja, Wasser ist ekelhaft nass. Ja, Wasser ist ekelhaft nass. Bist du nass? Das ist nicht so. Dippinitier, Wasser wird nass. Ja! Er hat schon wieder Geparre gespielt. Weiß nicht. Ein Fuß. Ganz schön nass hier draußen. Und das Feuer brennt. Ich hab auch keinen. Wurde schon eine Bestellung aufgegeben. Hallo? Was ist los? Hi. Ich dachte du redest mit mir, aber... Nee, nee. Ich bin einfach nichts. Ich auch nicht. Nee, ich auch nicht. Ich bin mir ein bisschen gegründet. Ich bin mir ein bisschen belastet. Ja, ist in Ordnung. Ja, dann kommt er ja. Die Maske? Da ist die Maske. Bei dem Knochen geht's ne ganz schön kalte Generator, jetzt ganz schön Temperatur runter. Okay. Es waren auch keine Minusgrade, sie geht runter. Ja, aber es ist halt draußen. Kannst du mal in nem Zelt messen? Nichts. Derp. Mino, Lagi. Please, give us something. What's ya gonna do? Ja, das ist ja so. Das ist ja so. Oh. Ja, man hat das Licht ausgemacht. Dassi wurde wütend. Dassi ist tot? Okay. Dassi ist tot. Okay. Dassi hat's erwischt. Dassi mag wohl keine Mettbrötchen. Versteh ich nicht. Ach, Frauchen, bist du der Hans? Der Huntele. Hab ich nicht mal mitbekommen, dass er gehuntet hat. Er ist hier oben, beim Generator, da zwischen den... Die Geist hat gesungen. Ja, das kann dann trotzdem immer noch wieder sein, ne? Den Hackysack-Dingern gespawnt. Ja, zwischen den Spielebrettern. War übrigens ein Crawler. Nice. Laut Dassi hat er gesungen. Ja, das hab ich auch gehört. Ja. Hab ich auch. Ich nicht. War im Haus. Aber nur weil er handet... Nur weil er handet, ist er kein... Warte, was hatten wir? Äh... Mailing. Ach, da wo der... Genau da, wo der Knochen lag, da war auch der Dingels. Nice. Und also liegen da jetzt auch da, siehst du noch. Ist doch schön. Ja. Angenehm. So. Äh... Hab da noch ein Buch? Ich hab ein Buch bei, ja. Oder hast du schon irgendwo hingelegt? Okay. Ne, ich wusste ja nicht, wo er ist. Einmal Dotz oder so. Kori, hast du noch Dotz? Also Platz für Dotz oder so? Ja, ich hau einfach mal das hier weg. Und nehme einmal Dotz. Meist doch. Auch Pillen nehmen nochmal bitte. Da wieder. Ja, 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 ja. Verdammt. Ey, komm her. Kori hat da meistens ja nicht die gehabt. Ah... Mein Frauchen ist äh... Dick Eis. Wir haben Frau und kann nicht mehr. Ah ok, warum das? Warum ist Tari jetzt auf einmal... Ja, weil sie gesagt hat, sie möchte gerne Mettbrötchen haben. Darf sie ja nicht, weil... Prost Fleisch und so. Ach ja. Ja, und äh... Ja, dann wolltest du das Crucifix holen, weil Butterchen kein Dings mag, ne? Keine Mettbrötchen. Und da sie ja ein Crawler ist, dann brauche ich den Rückenschmerzen, hat sie gerade gesagt, verhindert, dass sie gerade laufen kann. Hm. Hm. Also tragen wir jetzt einfach Tarita ein. Tarita und dann Fama. Ja. Hört sich gut an. Gut. So. Okay, tschüss Darcy. Warte, ich... Ich nehm... Ich nehm... Ich nehm einmal noch ein Crucifix mit. Ihr müsst mir leuchten. Okay. Ja. Ich hab nämlich kein... Kein Licht. Kein Licht. Kein Licht. Mein Licht geht aus. Wir gehen nach Haus. Robben, Robben, Robben. So, wer von den beiden mag kein Mettbrötchen, den muss man Opfer aussuchen. Frage an euch beide. Ich mag Mettbrötchen. Ich esse keine Mettbrötchen. Wissen wir Bescheid. Was? Also Cory nicht und Yuki? Ich mag Mettbrötchen. Gut, Brötchen weißt du Bescheid. Hahaha. Schön. Ne, das funktioniert nicht. Also Buch hab ich jetzt hier hingelegt. Ja. Ihr könnt doch nochmal mit dem Ding reden. Schweizer. Äh, hier. Habe ich 3er Ausschlag. Aha. Hold. Schweizerbox. Die. Ja, dankeschön. Finde ich auch zum Anbeißen. Ja. Du bist eins schön für dich. So. Schön mit Zwiebel, Salz und Pfeffer. 0,2. Ja. Also 0,8 haben wir da hinten bei den... Könnt ihr einmal hier kurz den leuchten? Ist hier eine Taschenlampe irgendwo von Darcy oder so? Ja, hier. Wo hat er? Darcy ist leider tot, Mixi. Aber einen wunderschönen Lern. Hier war kalt. Hier ist kalt. Hier ist er auch gespawned. Am Baum. Hallöchen. Au. Laufen. Nein, sie läuft Cori hinterher. Cori hierher. Oh, oh. Ruckel, ruckel. Oh. Oh. Wollen wir auf den Dots gucken? Äh, ja. Mein Spiel hat gerade verfolgt. Aber Cori mag keine Mettbrötchen. Aber Cori mag keine Mettbrötchen und Frauchen hat wieder zugeschlagen. Es war wirklich Frauchen. Ich wünsche erlaubt deine Panty nicht. Ich wünsche erlaubt deine Panty nicht. Warum das denn? Oh. Schildi. Okay. Und dabei bin ich ja der Nächste. Okay, du musst überleben. Ja. Der Geist ist gerade sehr schnell geworden, wo ihr gerannt seid. Okay. Okay. Erlauben wir Geisterhilfe? Okay. Und wie, also, wie wurde das jetzt nicht zugelassen? Also, bitte? Erlauben wir Geisterhilfe? Ja. Einfach für einen Freund? Ja, warum nicht? Ich habe euch gewandt. Oh. Dots. Wir haben Dots. Na, das ist ein Yokai, ein Brave oder ein Phantom. Äh, Freezing auch? Oder? Nein, Freezing haben wir nicht. Orbs hätten wir noch. Buch haben wir nicht. Fingerabdrücke und eben Erfindung. 5. Hä, wir hätten noch Spirit Box. Ja. Also, haben wir einen Ghost Orbs, Dots? Achso, äh, Orbs haben wir noch nicht fest. Nein, wir hätten noch Orbs, Fingerabdrücke, EMF. Achso, meinst du das? Okay. Ja, so meine ich das. Das verstehe ich jetzt nicht, warum deine Schlüpfer nicht zugelassen wurde. Hm, sehr komisch. Welcher Schlüpfer? Der von Mixi. Warum der war so aufreizend? Das war ein ganz normaler Schlüpfer. Ah, hier ist ein Flüchtier. Ah, eigentlich hier. Äh, die brauche ich nicht. Ein Ausrufezeichen neben der Panty. Okay. Äh, 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 entkommende Jagd. Aber ich habe auch keine gelbe Uhr bei mir, also bei mir werden die Instant hochgeladen. Ähm, 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 Yuki? Ja. Was machen wir? Fingerabdrücke und EMF gucken? Also EMF liegt schon da. Das war bei mir auf 3 gewesen. Oder ist das da ein Orb? Das ist ein Orb. Der immer an der gleichen Stelle hochwandert? Ja. Das ist ein Orb. Das ist definitiv ein Orb, ja. Dann ist es ein Yokai. Yokai! Die Watcher mal wieder. Versprechen in der Nähe eines Yokai, ne, warte. Versprechen in der Nähe eines Yokai verärgert ihn und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass er angreift. Was? Bei der Jagd kann ein Yokai nur Stimmen in seiner Nähe hören. Hm. Ich war zu Roni und Twitch hat es mitbekommen und zu mir... Oh! Nixies Schlüpfer nein gesagt. Ah, Butterchen ist also schuld. Ja, dann, ähm, wir haben... Ich suche normalerweise in Familienhäuser. Yokai. Warum ist auf der Kamera kein Regen mehr? Es ist ein Yokai! Ich glaub der Sache noch nicht, aber okay. Bleib bei Yokai. Weil das komische Orb-Ding ist weg. Ja, aber es war ja da. Ja, aber es war immer an der gleichen Stelle und immer so fast die gleiche Bewegung. Ja, und? Für Yuki und Mixi. Mixi muss eine gewisse Zeit Affi sein, ohne Emote-Ablehnung, dass der Instant-Upload geht. Sollte ich ausrichten. Okay. Doch, Orb. Okay. Hab'n Orb gesehen. Bin überzeugt, das ist ein Orb. Man muss ja Sachen hinterfragen. Ne? Also Yokai. Jo. So, wollen wir jetzt noch mal rein und quasi den Hunt verhandeln? Mh... Ne. Beide nimm'n Räucherstäbchen mit und'n Feuerzeug und dann... Äh, Mixi, du musst ne gewisse Zeit Affiliate sein, damit deine Sachen Instant hochgeladen wurden. Aber wenn dein Schlüpfer genommen wurde, das ist schon alt schick. Ja. 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 Ich hab' aber ne, was... Wir laufen dann zum Haus hin, ne? Ja. Ja. Okay. Setz' du dann zuerst ein? Jo, mach' ich. Schmeißt du ihm hier so komische Zeug? Hm, da ist sie. Ja. Meine ersten Limos haben die sofort genommen. Dinge gibt's. Hey. Trigger! Also wir sollen ja viel reden. Ja. Ok. Dann erzählen wir jetzt eine Geschichte. Ja. Dann erzählen wir jetzt eine Geschichte. Das ist der Taucher, blubblub und welquara. klasse geschichte mehr davon war so tiefgründig geschichte war richtig die jan ist genauso wie dieses wenn man eine leiche im wasser entsorgen möchte dann muss man vorher die lunge punktieren weil dann können sie nicht mehr hochkommen weil sie nicht geast und so etwas lernt man durch ja instruktive dokumentationen die man sich anschaut wenn man keine ahnung hat ok 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 meins ist durch mein sitze auch ja ja und Ach verdammt, so das Trigger von Mad-Brötchen ja schon. Ich glaube, der Geist hat aufgehört, Yuki. Hm, ich glaube, der hat... Tarita hat aufgehört. Der Generator hat ja auch was geschaltet. Na toll. Der Generator hat ja auch was geschaltet. Er war jetzt aber auch gierig gewesen. Ja, hier ist Yuki gestorben hier in der... in der Dingst. Ja, im Klo. Im Badezimmer. Im Klo. Oh, du hast aber besonderen Ordnung. Die schluck im Badezimmer gestorben. Ja, die war besonders gierig gewesen. Hat sie auch gesungen bei dir? Ja, natürlich. Hat sie geredet? Nein, habe ich nicht. Ich hätte mehr Gesamkeit einzugeben. Hat sie wirklich geredet? Nein, ich habe nicht geredet. Hä? Du willst was gewinnen? Jetzt bin ich wieder zusammen. Also zu gewinnen gibt es bisher nichts. Nicht, dass ich jetzt wüsste. Meinst du, dass es Yuki ist? Ich habe gar nicht geredet. Wie soll ich jetzt so stark davon ausgehen gleich, ne? Also, ein Yuki... Es ist halt... Was haben wir da noch? Haben wir da noch... Es ist ein Yuki, ja. Wir haben Dots, wir haben Orbs und wir haben Spirit Box. Ah, die Dots haben wir nicht gekommen. Wir haben alles, ich fahre gleich. Was? Was haben wir? Dots, Spirit Box. Es ist doch Orbs, es ist eine Box und Dots. Genau. Koro, gib du mir lieber etwas von deinem Leiden ab. Mir geht es genau, weil ich mir gut könnte was davon abgeben. Dann würde sie in Fall ziehen machen, wenn wir den Rauch brauchen. Ihr verlasst dieses Kettchen alleine. Ihr seid zu lieb zu mir. Mixi, du warst zu aggressiv für den Bot. Bot hat gesagt, das geht nicht. Ah Gott, das hat auch nichts mit Gewinn zu tun. Das hat von vornherein Glück zu tun, wenn man mit uns unterwegs ist. Und ich habe nicht geredet. Yuki, du bist nicht zu hartnäckig. Frauchen hat gesagt, du hast geredet, du hast geblinkt. Nein, nein, habe ich nicht. Frauchen hat aber gesagt, da blinkt was. Vielleicht hat sie geatmet. Ja, vielleicht geatmet. Ich habe die Taschenlampe ausgemacht, ja. Danke fürs Zusehen und denkt daran zu abonnieren, liken und kommentieren. Dann würde ich das ein bisschen zeigen. Vielleicht bin ich... ...